so es ist passiert die tomaten die älteste punchline im deutsch rap game nein aber der zweite community raid ist auf willkommen zu einer neuen folge pokémon go das hier ist die brücke das ist die brücke da habe ich mit natur rin und flatti drunter geschlafen also wir haben da übernachtet als hier zu besuch waren da drüben ist der burghof den kann ich euch gleich auch mal zeigen das ist der burghof ja da kann man auch drin wohnen da habe ich mir damals mal eine wohnung angeguckt die war aber ziemlich klein und rustikal und unten drin ist schön spielhalle restaurant da gibt es gute burger um euch mal ein bisschen noch was von hibu zu zeigen wir laufen jetzt gerade zum bahnhof es regnet es ist schon wieder richtig gräutiges wetter aber ich habe glück beim bahnhof kann man sich wenigstens setzen und unterstellen während eben bei der mehrzweckhalle man ja mitten da stand eben hat es nicht geregnet da hatte ich glück jetzt regnet es aber für ein regi rahm tun wir natürlich alles secrum ist im sack jetzt regi rahm dabei ich zeige euch gleich wieder wenn wir alles einladen und diesmal hat es besser geklappt wir hatten niemanden dabei der einfach nur seinen namen reingeschrieben hat alle die sich eingetragen haben haben wirklich ihren code angegeben ich melde mich aber zurück wenn ich da bin weil es hier irgendwie eklig ist so ich bin jetzt angekommen am bahnhof und bzw der bahnhof ist noch weiter hinten da hinten ist der bahnhof das hier ist der busbahnhof jetzt habe ich mich schon gefreut dass man sich hier unterstellen kann aber nichts da das dach ist und dicht und egal wo du dich hinsetzen willst die bank ist einfach nass das heißt dass wir dem hinsetzen hat sich wahrscheinlich auch erledigt oder ich wisch kurz mit dem bobs die bank ab ja und suche mir dann was wo ich mich hin fletzen kann das auf jeden fall jetzt die arena hier am busbahnhof ein regi rahmen genau ich habe noch acht minuten zeit 12 20 wollte ich einladen und wir gucken mal ganz kurz rein wer jetzt dabei ist da muss ich euch nämlich auch noch was dazu erklären wir gehen wieder auf meinen kanal community tab oha 12 uhr 20 regi rahmen community rate das ist er jetzt gehen wir da drauf wir sortieren natürlich wieder nach neuste kommentare zuerst und fangen von unten an dass wir wirklich die zehn ersten haben wie gesagt jeder der eingeladen wird kriegt ein herz wer kein herz hat wird auch nicht eingeladen es werden auch manche eingeladen die kriegen ein herz obwohl sie kein herz haben aber das ist wieder ein anderes thema immer auf jeden fall auf dem ein handy moment wir noch mal moment wir haben auf dem ein handy also schenaya sascha toxic und iwadabi jetzt werdet ihr sagen das sind aber nur vier und ich sage ja es sind trotzdem fünf denn cookies mama hat sich eingetragen beziehungsweise cookie hat seine mama eingetragen als cookies mama und direkt nachdem ich die geädelt habe war der kommentar auf einmal wieder weg da habe ich aber schon geädelt und die anfrage war schon raus ich habe dann gedacht gut vielleicht kein pass mehr und deswegen wieder ausgetragen er hat aber extra noch mal geschrieben gehabt dass der kommentar auf einmal weg ist und lasse ich durchgehen hat sich als drittes eingetragen gehabt und auf dem anderen handy die nächsten fünf sind dann devin joker schmelle trainer so abs moonlight hallo thomas und aluhut das heißt wenn ihr schon immer mit thomas befreundet sein wollte nutzt jetzt die chance und edit sein account kaputt ich glaube nach dem raid wird das sein code einfach ändern damit er keine anfragen mehr kriegt weil das sind auf jeden fall die zehn die wir mitnehmen der rest hat es leider nicht rein geschafft aber es haben sich alle richtig eingetragen also mit name mit code ich muss jetzt noch was fangen zum übergang mir ein trockenes plätzchen suchen kein verkohltes plätzchen kein verkohltes knurz dann laden wir gleich eigen zur reschirahm gucken mal ob da was gutes dabei ist konda wie gesagt werde ich nehmen wie eben dass ich eben sack rum nehmen und reschirahm mit rein das muss passen drachen oder eis oder nehmt einfach irgendwas obwohl eis nicht der hat ja feuer egal wir melden uns gleich zurück so ich habe jetzt bänke gefunden die trocken sind man glaubt es kaum das ist hier im prinzip noch weiter hinten noch näher am bahnhof da habe ich mich jetzt aufgebaut direkt neben dem mülleimer sitze hier am boden im schneidersitz ja ich habe sehen pupsi und hannes sind schon drin aber ich muss ja wieder privat machen das heißt ich gehe jetzt hier überall drauf ich drücke jetzt hier überall die pässe rein ich muss jetzt hier wieder gruppe erstellen machen smedbo shiki pikachu drückt das drückt das drückt das überall hier jetzt natürlich einladen cookies mama iwa dubby sascha toxic und genaia devin schmelle trainer zur abs aluhut einer fehlt oder von der zweiten fuhre fünfer die ich geedit habe fehlt einer ich weiß jetzt nicht wer das heißt diesmal nicht bei 13 sondern bei 12 muss ich aufmachen und dann gucken ob hannes und und pupsi auch noch reinkommen team muss ich auch noch wählen das machen wir aber gleich 11 noch einer ich gehe schon mal hier drauf ich habe es jetzt schon mal aufgemacht bei 50 sekunden damit die anderen wenigstens noch reinkommen die zwei die vor ort mitmachen wollen es fehlt aber trotzdem immer noch einer wir nehmen jetzt hier sekrom haben wir ja so ausgewählt wir nehmen einfach eine ganze sekrom armee dagegen das ist kein problem jetzt müssen wir noch mal gucken ob der rest noch reinkommen wir haben also eiferscharf und supersani sind auf jeden fall drin es fehlt immer noch einer der eingeladen wurde und es fehlt einer der seine freundschaftsanfrage nicht angenommen hat 12 20 war es also wir legen los mit 13 leuten schade natürlich für diejenigen die sich danach noch eingetragen die noch gerne mitgemacht hätten und die jetzt nicht dran gekommen sind weil andere dran waren die nicht mal ihre freundschaftsanfrage angenommen haben ich verstehe das nicht wir werden aber auch gleich sehen wer das ist dem gehen wir noch auf den grund hauen jetzt immer fix drauf ihr wisst wert ist 23 07 28 84 das gute ist weil es vorhin geregnet hat dadurch dass sekrom natürlich auch vom typ elektro ist ist ja klar dass das bei regen dann gepustet ist der feuer feuer ist glaube ich müsste sonnenschein sein bei sonnenschein müssten feuer pokémon ich glaube das sieht jetzt schlecht aus wir hauen ihn einfach fix weg wer das sind bekannt und gucken dann einfach am ende noch mal ihr seht irgendein gefangenes sekrom mit lichtkanone ist eigentlich move den du jetzt nicht unbedingt spielst wenn du raid ist gbl kann das wieder ganz anders aussehen aber wir sind nicht in der gbl wir sind in den raids hannes und pup sie haben es auf jeden fall eingeschafft so ich sehe dann auch wer interagiert hat und wer nicht dann weiß ich auch wer von den eingeladenen nicht dabei war das werde ich wahrscheinlich sogar zuerst abchecken beziehungsweise die werte ich gucke jetzt nicht auf den wert bei dem großen ich gucke mir nur mal die kleinen an kurz so die interagieren alle das ist super cookies mama auch aufgestiegen also interagiert shiny ist nicht dabei wir haben 22 71 und 22 81 ich gehe jetzt ganz kurz mal hier rein ich will jetzt mal schauen wer gefehlt hat also hier hat keiner gefehlt da waren auf jeden fall alle drauf wenn ich hier schaue ich war dabei war dabei wurde eingeladen ist aber nicht reingekommen jetzt gucken wir trotzdem auf dem großen einer wie gesagt hat seine freundschaftsanfrage nicht angenommen da können wir auch gleich noch mal rein gucken ist auch kein shiny ist 22 42 ist der schlechteste aus der runde wieder mal aber egal den müssen wir fangen stell das jetzt einfach mal hier rüber werfen einfach eine beere drauf 22 42 ist halt ja das ganze knicken der schwebt wenigstens auch nicht nach links und rechts er sitzt eigentlich auch in der mitte und greift an hüpft ab und zu mal hoch ist eigentlich das gleiche wie bei seckraum also nicht aus der ruhe bringen lassen immer geduldig warten bis er angreift oder den angriff den angriff verpassen das ist kein angriff das ist ein geflügeltes er sieht halt immer noch aus wie so ein brathähnchen ich kann es mir nicht vergleifen also wenn ihr außen die haut abzieht bleibt ihr immer noch weißes fleisch übrig was die leute ja so toll finden was mir meistens zu trocken ist haben diesmal auch nur 18 bälle ja nur weil iwadabi nicht mitgemacht hat fehlen zwei bälle zu den 20 jetzt das war ein angriff so sieht ein angriff aus wenn er sich weit nach vorne beugt und diese kotz geräusche macht dann weißt du der hat gerade angegriffen ja der wollte gerade speien ich habe natürlich jetzt ein versaut aber egal sind ja noch 15 übrig ist immer der vorführeffekt ich hatte die tage eigentlich auch noch ein glücksfreund den wollte ich mir extra aufheben für den tag heute weil ich dachte wenn wirklich was komplett neues kommt möchte ich da den glückstausch im video machen mit dem neuen pokemon dass vielleicht direkt ein lucky hunderter kommt dadurch dass es jetzt trotzdem sekrom und regiram waren möchte ich keine glücks trades bei diesen beiden machen weil ich dir schon als hunderter habe wer das nicht gesehen hat damals als regiram das erste mal da war habe ich auch einen rate gemacht mit regiram war glücksfreund mit meinem kleinen account habe ein regiram getauscht und habe direkt das 100 prozent lucky bekommen durch den glücksfreund so dass ich das im video direkt auf level 40 ziehen konnte nach dem allerersten brain das war auf jeden fall eine richtig geile aktion klappt manchmal klappt aber nicht immer bei dem iteros in der tiergeistform hat man das auch so ähnlich da war hannes auch dabei der hat auch mitgemacht wir haben dann getauscht und plötzlich ist es auch ein hunderter geworden die kinder lachen mich schon aus weil ich kein zu hause habe moment sonst nehme ich das dach hier auch noch ab dass es ja auch drauf regnet leider schade ich mir selber ich sitze immer hier zwei und für sich die anderen die iphones nehme ich dann auf jeden fall mit heim und fang gemütlich zu hause das ist mir jetzt zu stressiger der sieht auch aus als wäre jetzt drin aber wir müssen noch auschecken wer ist nicht reingekommen wer hat die freundschaftsanfrage nicht angenommen wir gehen noch mal kurz auf den community tab jetzt möchte ich noch mal kurz durchschauen ob es mir auffällt wenn ich spätestens ein lennart fels wahrscheinlich wieder auf lennart mit seinen adleraugen er weiß immer alles sieht immer schenaya sascha toxic schmelle moonlight ich glaube moonlight hat nicht angenommen oder moonlight habe ich nicht in der liste gesehen ach so es ist ja eher aus dem zweiten block aluhut moonlight trainer seaps schmelle devin thomas war das jetzt thomas dhabi hat schieben bei mir kam keine einladung das tut mir natürlich leid dhabi aber ich habe dich auf jeden fall eingeladen aber wir machen am ende am wochenende ja eh noch mal rates für zuschauer wenn da probleme gibt sagst du bescheid dann geht das noch mal jetzt geht es leider nicht wo der thomas ist keine ahnung es muss eigentlich thomas gewesen sein außer ich bin nicht nur blöd sondern blind auf beiden augen das war es von meiner seite aus habt ihr ein shiny bekommen ich habe keins habt ihr ein gutes bekommen habt ihr ein hunderter bekommen habt ihr schreibt zwar in die kommentare das war es von meiner seite aus bis zum nächsten mal peace out vorhaut euer ramses und jetzt muss ich mich da noch vorbeidrängen tschüss